Ja, aber die Leute müssen doch alles sachlich. Die glauben gar nicht. Du glaubst du dein Gehirn. Du musst sagen, ich schaffe es. Ich trainiere es. Ich bin der Beste. Und wenn die anderen auch besser sind. Aber du musst zu dir sagen, ich bin der Beste. Weil wenn du da schon nachgibst, ob der ist besser, hast du keine Chancen bei dir. Weil dann hast du schon verloren. Weil dein Körper dir schon ausgeschalten hat. Du hast dich schon selber zu einer Null gestempelt. Du bist der Beste. Und das heißt dann für dich, ich bin der Beste. So muss das sein. Es stimmt. Weil alle gemeint haben, es war noch nie einer bei einem Gipfel mit dem Fahrrad bei allen acht Präsidenten. Das gab es noch nie. Jetzt gibt es es. Also, er macht es halt auf diese Weise. Der Training ist das aller A und O. Und dann kann er ein Riese sein. Wenn er nicht trainiert. Geht nicht. Auch wie das hier. Wenn ihr auf eine Hand reingeht. Das geht nur mit Handtraining. Dann. Dannst du die ganze Marie hin. Dann. Dann. Und dann. Danach. Tschüssi. Dann. Dann. Wahnsinn, oder? Nachmachen lohnt sich. Das ist die beste Gesundheitskasse, weil der Perfall.